Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 2. November. Heute dabei Sonos, WhatsApp und Foursquare. Ja, es wird eine kurze Sendung, so kurz nach Halloween, da war auch in der Tech-Welt wenig los. Und ja, dann beginnen wir einfach mal mit Sonos. Und zwar Sonos mit dem Google Assistant. Der war schon für 2018 angekündigt, ist aber bislang nichts rausgeworden und das wird auch eng. Wir haben auch noch zwei Monate, von daher rechnen wir da wohl eher Anfang 2019 damit. Und es gibt auch einen neuen Wasserstand und zwar, es werden Beta-Tester gesucht. Und da kann sich wirklich jeder bewerben. Und wenn man ausgewählt wird, dann hat man ein strammes Programm. Denn Sonos möchte, dass man eine Woche lang, weil nicht nur eine Woche, also pro Woche, zehn Sprachbefehle täglich verwendet und dann auch auf Unfragen innerhalb von 72 Stunden antwortet. Ja, also wenn man da Bock drauf hat. Wie gesagt, man kann sich einfach bewerben und dann testen. WhatsApp, die bekommen jetzt das, womit schon alle gerechnet haben, die bekommen Werbung. Und zwar in den WhatsApp-Status rein. Das hat jetzt Chris Daniels, der Vice-Präsident von WhatsApp, bestätigt. Es gibt dafür zwar keinen konkreten Zeitplan, aber wir rechnen irgendwie Anfang nächsten Jahres damit. Und letztes Thema für heute, Foursquare. Die haben jetzt eine Partnerschaft mit TripAdvisor bekannt gegeben. Beziehungsweise TripAdvisor wird ab jetzt in der Zusammenarbeit die Pilgrim-SDK von Foursquare verwenden. Pilgrim ist dafür zuständig, dass man dann ortsbezogen Daten bekommt und den Kunden zur Verfügung stellen kann. Und genau das wird TripAdvisor tun. Die haben auch erst vor kurzem eine neue App und eine neue Webseite gelauncht. Und die wollen über die Foursquare-Pilgrim-Anbindung entsprechend ihren Nutzern einfach mehr kontextrelevante Echtzeitinformationen basierend auf deren Standort präsentieren. Und ja, ich bin gespannt, wie sie das umsetzen. Selber bin ja großer Foursquare-Fan seit bald zehn Jahren. Ne, übertreiben wir nicht. Seit acht Jahren. Man denkt, es ist schon so lange her. Naja, aber bevor ich hier sentimental werde, dann sage ich mal, kommt gut in den Freitag. Vielleicht habt ihr ja aufgrund des Feiertages frei gehabt. Also, ihr habt frei gehabt und eventuell den Brückentag genommen. Habe ich ja gestern schon drüber geredet. Jetzt rede ich schon ein Quatsch. Von daher, lasst uns das gut sein. Habt ein tolles Wochenende. Und ab Montag wird der Martin euch mit News versorgen. Okay. Bis dann. Ciao, ciao. Bleibt positiv. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.